BTF Oxenhausen Souverän Ersatz Ja, auf dem falschen Fuß erwischt John hatte ein sehr gutes Auge von Dushas Klasse gemacht Klasse gemacht von Ort dann noch dagegen zu ziehen Toller zweiter Satz von Dritter Satz jetzt Mit zu wenig Rotation Das ist ja hier vielfältig mit der Rückhand abgestopft Bei im vierten Satz Sehr gefühlvoll von beiden Das ist der Satzgewinn für Kylian Roth Der wird natürlich sofort ausgetauscht Das ist der Satz Das ist der Satz Sich so absetzen zu können Ja, das spielt Dushas Klasse zu Ende Auch das zweite Spiel im fünften Satz geht an die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste füllen